Und zwar, wenn man das hier hochklappt. Es ist Winter und du möchtest gerne was im Berner Oberland unternehmen? Da habe ich einen Tipp für dich. Fahr mit der Gondel zur Mittelstation des Stockhorns. Dort kannst du dir für gerade mal 25 Franken ein paar Schneeschuhe ausleihen und nach Lust und Laune die extra für Schneeschuhwanderungen ausgezeichneten Wanderwege erkunden. Wie so ein Ausflug aussieht, siehst du in den folgenden 5 Minuten. Jippie, hier geht es hoch. Aber es geht echt cool mit den Schuhen. Er sitzt hier, wir kommen. Und schau, wer billig kauft, kauft doppelt. Das hat auch Olaf jetzt davon, dass er den Schnapp bei Aldi gekauft hat. Hey Jas, have a look where we are right here. Mit Schneeschuhen geht's. See ya, hier geht's. outlets inens viruses. ��겠습니다. Laschet. Der Weg zum bisschen und Whoof koge die Kaffee nach. Und wie ich vom Olaf gerade vernommen habe ist das hier oben noch die blaue Strecke gewesen und jetzt geht es in der Schattenlage vom Hang nach oben. Genau, rote Strecke. Also wir beginnen jetzt mit der roten Wanderung und steigern uns dann in die schwarze und später in dunkelschwarz. Genau, das steht für dich heute noch an. Wir nehmen Gondel. Und jetzt geht es darum, dass wir den Abhilmodus unserer Schneeschuhe einschalten. Oder in anderen Worten High Heels auf Schweizerisch. Ja, mach doch mal. Alpine High Heels, genau. Das Ding einrasten. Ja, und dann gart's Ufe. Auf wie auf dem Berg, wie der Luis Trinker gesagt hat. Das da vorne ist Andreas. Andreas hat gerade auch Lies Päusseli gemacht, weil es ist schon ein bisschen anstrengend, aber auch schön. Oh, da hinten kommen die Mädels. Jetzt geht's ab. Ja, Olaf, was ist das hier für ein Horn? Reipehorn. Reipehorn. Ja, es ist wieder so weit. Wir sind hier auf dem Gipfel angekommen vom Reipehorn und zwischenzeitlich sind uns sehr viele Leute begegnet. Und da muss man ja sehr vorsichtig sein wegen der aktuellen Corona-Situation. Deshalb machen wir wieder den Corona-Schnelltest, um wirklich zu testen, dass unser Geruchssinn und unser Geschmackssinn nicht beeinträchtigt sind. Okay, zuerst der Geruchstest, Moment, gucken, ob wir gut riechen können. Oh, gegen den Wind, das wäre natürlich was verschärft. Ja, mal dumme. Also, doch, ich kann was riechen. Verschärftes Testregime, ja. Jetzt müssen wir noch was gucken, ob es dir mal schmeckt, oder? Genau, jetzt haben wir, ob der Geschmackssinn noch da ist. Ja, man schmeckt noch was. Ja. Ja, du auch? Also, definitiv. Ich würde sagen, Kirschwasser. Ja. Jetzt muss man bei solchen Sachen natürlich auf Nummer sicher gehen, dass vom vielen Testen, das wir den Tag über machen, jetzt nicht langsam der Placebo-Effekt eingetreten ist. Und deshalb ist es gut, wenn wir einfach nochmal testen. So, dann nochmal mal gucken, ob ich nochmal riechen kann. Und? Ja. Ja. So, jetzt mal Geschmackssinn. B-Test bei Gegenwind. Und? Ja. Ja. Ja, immer noch Kirschwasser. Also, nur so können wir Corona bekämpfen. Richtig. Also, sehr zum Wohl. Ready for action, let's go. Okay, zuerst den Geruchstast. Ja. Rhypehorn. Ja. Yippie. Hier geht's hoch. Okay, zuerst den Geruchstast. Ja. Hey, Jasch. Have a look where we are right here. Also, das Rhypehorn. Rhypehorn. Ja. Hey Jasch, have a look where we are right here. Jaansch… Jane. Jaan. Jaan. Jaan Jaan. Vielen Dank.